Schön, dann sind wir ja eigentlich mit allem durch. Das klingt sehr gut. Ich hätte noch eine einzige Frage. Rauchen Sie? Wie? Nein. Wie war die Frage? Rauchen Sie? Nein. Päckchen. Ich habe hier ein Päckchen für Sie. Zum Schluss noch mal ganz kurz die Frage. Rauchen Sie? Nein, auf keinen Fall. Ob ich rauche? Rauchen Sie?